Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft-Legend. Mit dem Dallocard. Hallo. Hallo. Direkt mal weitermachen hier. Lava. Ich weiß auch übrigens warum diese Verbindung trottelt immer kommt bei einem. Warum denn? Weil wir beide mit derselben IP connecten. Toll gemacht. Das heißt, wenn du drauf connectest und ich dann auch, stehst du bei mir und so weiter. Oh, ein riesen Lavasee. Guck mal. Echt? Hier geht's weiter. Wenn das gleiche oben geht, dann auch nochmal weiter. Ah ne, brauchst du gar nicht. Ich würde gerade sagen, tu mal Wasser ab. Ich hab das gerne mal Wasser. Ja, hier werden wir dann nochmal fündig. Der ist auf jeden Fall riesengroß. Schon wieder ganz viel Eisen. Das ist super. Da finden wir jetzt auch Dias. Ich würde mal hoffen hier. Huch. Huch. Das tut mir jetzt erschrocken. Hier oben, was ist das da? Hier wächst Gras. Ich hab hier noch einen Lavasee gefunden. Gold. Das Gold hast du? Ja. War nur eins. Ich geh mal unten lang. Nehm alles mit. Geh mal ganz kurz den anderen Weg, den ich dort gesehen hab. Mhm. Mhm. Ja. 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 Wir müssen bald nach oben Holz holen für neue Sticks. ich glaube mir geht eher das essen aus ich hab noch drei suppen und hab noch kein hunger verloren ich muss sagen ich hab trotzdem noch angstvoller aber irgendwie wo ich jetzt gerne mal hier reinspringen würde um zu gucken ob nicht irgendwo unten ach komm was soll's was denn boah ist das dunkel ach ich hab dias krass ist das tief hier alter alter bisschen angst habe ich ja trotzdem ne zwei dias wieder nahtoderfahrung hier wieviel dias? wieder zwei wunderbar der lava sehe hier ist riesig ey ich sterb an den skeletten nicht machen da unten ist aber ein arsch voll gold ey ne dann schieß zurück Mist roten flash wie war das? kann man das essen? ja Guck mal hier wo bist du denn hin meine güte an dem dirt da vorbei? ja auf dem weg ging es von ein wasserfall nach oben da bin ich hoch und dann bin ich wieder runter woanders also ich komm gleich zurück ist ein relativ weiler weg dann hole ich mal unterwegs das ganze zeug ab was hier so rum fliegt ich höre eine spinne okay wir sollten uns irgendwie wieder treffen weil ich hab jetzt hunger und alles mhm allerdings keine ahnung wo du hingegangen bist ja ich komm zurück soweit ich kann ich sehe einen armen ja mal durch die erde mhm guten tag warte ich muss einmal hier in den mülleimer hier hast du was zelsen für mich? äh ja oh nein jetzt nehmen andere jetzt auf hm wir schreiben grad welche in die konfi rein oh oh wie lange geht die folge noch mindestens? ähm zehn minuten mindestens zehn minuten? mindestens neun minuten okay ihr das Wasserbänker schon geprüft soweit? ja ich bin hier einmal rum ja ich bin hier einmal rum unser ziel nicht aus den augen lassen haben wir aber nicht reingeschrieben also er hat getippt okay Glück gehabt ich hab keine fackeln mehr sehe ich grad ich hab noch drei mal hast du hier unten auch schon? mhm nein weil hier unten steht schon ne Fackel oh und ich sehe auch wo die hergekommen sind das ist eigentlich ganz gut dass wir es versuchen wir töten erstmal das skelett links oder lassen wir den stehen warte guck mal was er macht kommt er zu mir oder nicht? ja er kommt er hat einen Wasserbänker aber er kommt näher der Wasserfall hält ihn auf vor dem Wasser auf jeden Fall Hilfe ja warte ich komm nicht an ihn ran aber ich smash wunderbar guck mal da oben da kam was her hm du hast auch Steine oder? jo Achtung Skelett kommt da raus okay okay hier unten kam sie her okay auch mal ein Creeper oh zwei, drei Creeper vorsicht, vorsicht, vorsicht oh Schiff jetzt ja meine Güte recht rum scheint es zu enden ja mhm, mhm oder hier oben ich will nur schauen komm mal rein hier muss die auch hoch bauen hier leuchtet es noch ja aber guck mal hier das Lava Becken rechts mhm Moment höre ist perfekt ich habe hier Gold gefunden oh shit was ähm hier ist irgendwas was heißt irgendwas das ist kein Spiel auf dem Server ne aber das ist ein Redstone Fucker das ist meistens nie gut das ist meistens nie gut hier ist irgendwas bestimmt drunter ich buddel mal weil hier war so ein komisches ich weiß nicht einfach nur Redstone Fackeln und hier ist ein Baum ja vielleicht hatten die keine normalen Fackeln ah ja was hier stehen Koordinaten was ist das okay oh was ist das für Koordinaten ne das ist ich glaube ist das das ist nicht die Koordinate auf der wir stehen ne merk dir die mal warte mal kann ich nicht dazu Waypoint machen ähm waypoints at x 4 ups nein 4 6 4 ist ja ein Schatz vergraben er weiß das schon y62 aber warum sollten die das ins Spiel schreiben nein das war kein Spieler das kann ein Schatz sein weil hier gibt es ja noch Mods drauf und es gibt doch auch es gab doch auch diese Kiste die ich gefunden habe die kein Dungeon war äh 62 Name Schatz wo bist du grad? ich bin auch da wo ich grade war Zeit ähm noch 5 Minuten super wo ist der Waypoint? dahinten ist der Waypoint wir sollten erstmal nochmal ganz kurz in die Richtung gehen wo wir Fackeln hatten also wo wir das zurückverfolgen können Dias oh perfekt warum sind die überall Blätter das verwirrt mich denk dran du kannst nicht sterben in Lava ja aber die Trap Trap? nicht eins zwei oh schön schön oh noch einer sehr gut 10 Stück hab ich jetzt super ja ok dann jetzt zurück zu den zu den Fackeln die wir hatten weil dann waren die hier auf jeden Fall nicht sonst hätten sie die mitgenommen ja hier unten? ne ne hier oben ja genau und dann jetzt gleich müsste rechts noch ein Gang sein hier? ja ja folg hier den Weg hier oben geht's zum Schatz ist gut Achtung von rechts Skelett oh ach ich hab leider kein Schwert im Spülsack au jetzt brauch ich langsam was zu essen hast du noch Zombiefleisch? äh ich kann noch eine Suppe abgeben ok aber dann müssen wir jetzt hoch weil jetzt hab ich nichts mehr mhm und jetzt wären wir wieder im Dungeon ob die vielleicht doch aus dem Dungeon rauskamen ich oh Gott da ist noch ein Zombie hier hab den Gang gefunden komm hier runter warte ah warte da oben geht's zu dem Schatz keinen Augenblick ich möchte da eben nachgucken es ist nicht weit ich will wissen was es ist dann warte doch wenigstens auf mich ja dann komm schnell bevor der Schatz weg ist ich seh dich nicht mehr hier halt umdrehen warte hier ist nichts gelämmt oh Gott wie weit nicht so weit naja Y ist 67 das ist 40 Blöcke nach oben das können wir auch später noch machen ach man später ist er bestimmt weg ah ne ich glaube obwohl warte mal Karte ich glaub ich hab den Schatz schon gefunden das war dieser die Kiste in diesem Loch glaub ich das war nicht meinste weil das Wasser ziemlich in der Nähe von unserem Punkt da halt kann sein muss nicht kann aber sein ich hab mal ein bisschen Eisen mit go go Zeit läuft ja ein ganzes System oh Gott hier ist ne Workbench das ist gut schau mal hinter den Wänden oder sowas ich hab keine Pickaxe mehr und keine Sticks was hast du noch Sticks ich hab noch sieben Sticks ja willst du ne Diaspitzsacke machen ich mein die Bossen brauchen wir ja eh ach so ja aber damit wir jetzt nicht unbedingt einen unnötigen Stein abbauen wir brauchen vier Obsidian die Hand und jetzt den gilt ewig dann ist mir auch egal dann eben den Ofen aufbauen nochmal eben was brennen haben wir gar kein clean Eisen doch ich hab jetzt gib mir ja drei Sticks äh zwei Sticks ich hab drei Eisen hast du die irgendwo hingeworfen ja hab sie dir hingeworfen ich seh sie nicht im Winter ich seh sie nicht ich hab sie auch nicht von dir gesehen dass du sie weggeworfen hast und nein ich hab sie nicht oh nein na toll aber ich hab doch gar keine OP wie kann das denn sein du kannst trotzdem ah jetzt hast du welche weggeworfen ja toll super jetzt haben wir Sticks verschwendet weil ich keine OP habe und trotzdem Sachen zerstören kann das hier ist doch ganz normal das hier ist doch ganz normal nein ich hab's links rausgeworfen das ist noch nie gewesen ok hier geht's aber ich glaub wir haben sie nichts verbuddelt oder so schade andere anderen Gang mal testen Vorsicht Zombie guck mal in den anderen Gang nach links der ist nicht so Kartoffel yay ähm bist du dafür weg hier äh was anderer Gang? ja der Gang in die andere Richtung hier geht's glaub ich hoch hier ist noch ein Höhlensystem hier ist der Ausgang auf jeden Fall also komm in meine Richtung ok mir kommt die Treppe aber bekannt vor ist das unser? nee nur irgendwo muss die Basis ja trotzdem da versteckt sein hm hm da haben die solche Fackeln hier hingehangen ist ja schlimm und wo bist du? ich versuche was zu finden ok Zeit? ähm 17 17 oder 14? 17 ja dann musst du was machen ja dann würd ich sagen schau mal beim Dallocard vorbei und bis zum nächsten Mal hoffentlich finden wir noch was und noch Hauptmo- äh Bildschirm jup zack und tschüss tschüs tschüss 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 tschüss